Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video auf meinem höchsten Kanal. Und in der letzten Folge waren wir natürlich hier stehen geblieben, haben hier schön rumgebaut, das Dach da hinten gebaut. Und ich würde mal sagen, ich habe hier wieder ganz schön viel, ja, halb, fast alles. Da fehlen nur zwei Sterne, aber egal. Und wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefällt, drückt doch gerne auf den Abo-Button und ein Like. Würde mich ganz so freuen. Und ich würde sagen, ich nehme mir jetzt mal ein bisschen Holz hier mit. Weil wir müssen ja noch weiterbauen. So, ich gebe alles her erstmal. Da kommen noch zwei Bausteine mit drauf, perfekt. Aber wir hatten ja kein Holz mehr in der letzten Folge. Wegen des Dachs. Genau, hier waren wir stehen geblieben. Und so war das hier. Hier kommt das Holz hin. Also das wird das leichtere. Die Stämme hier reinhauen, platzieren. Dass das Ding zu ist. Ist viel leichter. Hier, genau. Da kommen hier Steine. Holz, Stein. Holz, Stein. Holz, Stein. Holz, Stein. Holz, Stein. Holz, Stein. Perfekt. Geht sogar sehr gut auf. Also eine, das wird, das ist dann ein Lager aus, Mischung aus Holz und Stein zugleich. Aber dafür wird es auch grandios aussehen. Nein, das passt nicht. Hm, zack. Ja, vorne, dann würde ich sagen, ich schicke, ich gebe euch eine Timelapse wieder. Und wir sehen uns wieder, wenn ich erstmal das ganze Holz platziert habe. Ich schicke, ich schicke, ich schicke, ich schicke. Ja, say, I'm just a job just 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 I'm just a job I'm just a job just 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 Kevin macht schon freiwillig alles Also der sammelt echt schnell Dafür ist Kevin sehr praktisch So Was essen wir mit Fisch? Fisch ist sehr praktisch Er bringt uns sehr viel Essen Ja okay Der hat uns jetzt gar nichts gebracht irgendwie Aber ein bisschen Komisch Komischer Fisch Na komm Mach ich mal zurück One Nee Wird falsch Eins Zwei Drei Drei Genau Vier Nee Mach mal hier Zack Zack Element Zack Und Zack Ein Ein Stück bleibt übrig Das Stell ich kurz Auch mit hier hin Als Reserve haben wir dann zwei Gut Dann nehmen wir das restliche Holz Bauen hier schon mal den Pfosten Den Pfosten Gehen wir hier rüber Bauen hier den Posten Posten Gehen wir das Holz Und bauen hier die Pfosten Perfekt Genau Dann fahr ich zurück Zu Kelben Mops Mir Ein paar Steine Weil Ja Brauchen wir halt Der macht das aber sehr fleißig Den Mops Hier die Dann würde ich sagen ich gebe euch noch eine kleine Nochmal eine kleine Timelapse Wir sehen uns wenn ich die restlichen Steine dort platziert habe Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal So Freunde ich habe die letzten Steine platziert was wir alles haben Und in der nächsten Folge werde ich hier zu bauen Hier und hier und hier Dann werden wir das in unserem Unser Petit Also ran nehmen Und wenn euch natürlich die Folge auch wieder gefallen hat zeigt es mir gerne mit einem Like und ein Abo Würde mich sehr freuen Und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video wieder Und Ciao